Sie wollen eine tolle Küche. Eine Küche, wo Ihre Freunde und Verwandten so richtig neidig sind. Klar, eigentlich sollte uns die Meinung von anderen egal sein, aber wer ist davon schon komplett befreit? Mithilfe von unserem Küchenalgorithmus planen wir für Sie die ideale Küche. Und den Neid Ihrer Freunde gibt es gratis on top dazu. Mehr Infos, Herr Glickner.